In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine nicht mehr notwendige Wiki-Seite innerhalb eines gesamten Wikis löschen können. Ich wechsle dazu in den Kursraum und in das entsprechende Wiki. Und wechsle nun zu der Seite, die ich löschen möchte. Das wäre dann beispielsweise hier die Seite Detmold. Diese Seite möchte ich löschen. Um das zu tun, klicke ich auf Aktionen zur Seite und wähle hier unten den Menüpunkt Seite löschen aus. Ich bekomme nun noch einmal die Anfrage, ob ich diese Seite wirklich löschen möchte. Ich bestätige das und dementsprechend wird mir nun angezeigt, wie viele Seiten hier noch existieren, nämlich meine Startseite Home und die Bielefeld-Seite. Und ebenfalls ist auch hier die Detmold-Seite aus der Navigation verschwunden. Und auch der Begriff Detmold, der vorher verlinkt war, ist nun wieder rot markiert und kann als neue Seite wieder neu angelegt werden. So okay. So ans Sie mit Fifth Vermöschen. Und dann kommen wir mal auf. So okay.